hallo und herzlich willkommen mein name ist jiki boink wir sind hier in der kleinen privaten runde und zwar wollte euch einmal die map aqua dom zeigen ja guck mal dass sie mit quallen mit quallen die sieht ziemlich cool aus und der firefox spielt gerade gegen mich und ich verliere ach nein das glaube ich nicht aber sie sieht nicht schlecht aus muss ich also die ist ich glaube die ist ein bisschen breiter kann das sein ja die ist breiter als normal da ist das doch auf jeden fall breiter und wir haben außenrum halt eine komplette aquatische welt simuliert ja leider sind wir in den letzten runden nicht dazu gekommen euch das team zu zeigen oder sie recht cool aus gefällt mir sehr die map ja es lenkt sehr doll ab muss man sagen aber irgendwie ist es ein bisschen legging gerade hier ja das stimmt fällt ja auch auf ja zum beispiel hast du den ball von rechts abgeschubst und trotzdem rein bei mir zumindest ist gerade ja okay also wir gehen jetzt nicht vermutlich daran dass du ein ping von 344 hast und ich ein ping von 340 das musstest du das ist wahrscheinlich das server wir spielen timbuktu ich glaube auch aber das macht das ganze ja dann noch nur spannender also auf alle fälle kommen wir noch ran an dem ball zum glück ist die physik ja immer die gleiche ja aber die bots sind genauso langsam sticks und outlaw und wir spielen hier natürlich mit denen oder mit einem der neuen fahrzeuge das andere ist ein bisschen kompakter und bulliger uns hat das hier irgendwie besser gefallen ja da ist doch noch nichts passiert hier er zieht mich ja ab hier das kann doch nicht sein auch nö jetzt kommt der firefox im return das auch noch einmal glück gehabt ja auch mensch diese bots sind aber auch kacke ich habe kein sprit mehr du spoilers nicht damit weiß ich doch dass du eine schwäche das war aber gerade ein komisches das war ein leck warum also wir spielen wirklich in timbuktuja ist das nicht ein dedizierter also dass du dass du selbst hostet meine ich meinst du nicht so einen schlechten ping eigentlich ja nicht mehr wir haben ja eigentlich beide so eine porno internet leitung ja porno voll porno so ja ich weiß auch nicht ich wäre fast dafür dass wir ach jetzt kommt ja zeit im fall zeit im fall 2 raus deswegen hätte ich gedacht man könnte ja mal wieder teilen vor spielen aber wenn teil 2 rauskommt ist ist ja ein bisschen doof ja ist allgemein schwierig kommen so viele titel jetzt raus ja was nicht richtig in der mafia 3 zum beispiel so ja das interessiert doch nicht schon oder dishonored oder wer waren noch da waren noch was kommt komme ich gerade nicht drauf aber war auch cool steht zumindest alles auf der ich will haben liste und noch so nicht mein jungen so hast der war doch wie hast du den angestellt das gibt eine ahnung der ball kam und ich habe ihn gespielt ich habe ein videobeweis dafür was soll das denn da war lecker es ist ein bisschen anstrengend so im mittel zu zocken aber aber wie ist es die bots können miteinander spielen jetzt macht der firefox ein türchen ja endlich 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 ja jetzt den glückwunsch danke oh man oh mein gott der ping ist wirklich extra ordinär so keine ahnung bei mir hat kein auto diesen ball berührt übrigens rechtlich du hast doch da für dich alleine gespielt gerade etwas war das denn jetzt auch das war ja schon faul jetzt ich mich ja die ping gewöhnt habe jetzt schlägt der ping hier zurück die rückkehr des pings ok ja sticks dann war ja wohl nichts das war ganz schlecht ganz ganz schlecht ganz ehrlich was sind das für box hast du aber was hast du für einen schwierigkeitsgrad ausgewählt ein paar kacke achso schafft das doch da habt ihr euch beide weggeschubst so jetzt zur mitte auch auto ja das war eine kleine vorstellungsrunde der neuen arena aqua dom wir sehen uns bestimmt in der nächsten folge wieder mal schauen wenn wir mal wieder rocket league spielen oder in einem anderen let's play bei dem firefox oder bei mir